Die Hälfte ist geschafft. Knapp eine halbe Million Wahlberechtigte haben in Bayerns Rathäusern bereits für das Volksbegehren Artenvielfalt unterschrieben. Damit wurde an Tag 5 die Hälfte der benötigten Stimmen für die Rettung der Bienen erreicht. Das teilten die Initiatoren am Dienstag mit. Für sie bedeuten die aktuellen Zahlen erste ermutigende Zwischenergebnisse. Die Eintragungsfrist für das Volksbegehren läuft noch bis einschließlich 13. Februar.